Hey Leute, willkommen zu einer kleinen Runde Star Wars Battlefront 2 Vorherrschaft. Ich habe mit Gamer gespielt, wir haben uns den Todesdoppler gegönnt und eine 32er Killserien gelegt, zumindest ich. Viel Spaß! Irgendwie sieht das schlecht aus für uns. Echt? Denkst du? Ja, für mich zumindest. Warte, ich komme einfach zu dir doppeln. Okay, kannst du kurz in Ruhe pausen, irgendwie Tee trinken oder so. Wäre das möglich, Tee trinken. Warum geht der im Nachhinein? Wirkst du noch? Ja. Hier ist nicht die... äh doch nicht mehr. Okay, alles gut. Du konntest nicht vom Mittel gegen mich gewinnen, Alter. Ich bin fucking Todesdoppler. Ich hasse dich, Alter. Stürme! Oh, ja. Haben wir ein bisschen gewastet. Aber hier ist es neu. Oh, jemand spielt serious. Mann, hier im Grund, der Obot. Nice. Oh, boah, Alter. Ich seh niemanden. Oh, hier ist Yavin. Oh, gut. Der ist der Sample Yavin. Oh, ist nicht Yavin, das ist Yavin 4. Ja, hab ich dir gesagt. Yavin 4, 5, 10. Minigun-Regel-Dübelz. Kennst du die Szene in Work One, wo die Todestruppler die ganzen Leute abschlachten? So hab ich mich grad gefühlt. Da ist Chewbacca. Oh, die sind zu low, what the fuck? Wir warten wirklich, wir kämpfen wirklich alle beim Spawn. Oh, da hat jemand. Ich hab 9.000 Punkten und ich kann die wirklich nicht so perfekt einsetzen. Hey. Ja, ich stehe da bei Gigi, das Spawn. Jetzt, danke. Ah, kacke, ganz kurz konnte ich. Ich weiß mal, auf jeden Helm, den ich nehmen wollte. Was geht denn bei dem Todestruppler ab? Da hat wirklich jemand den Drohungen genommen und der ist gestorben. Und ich gleich auch. Ja, Luke wird mich jetzt holen. Ja, Luke, dieser Bastard. Er schafft es nicht. Ah. Fuck. Er geht nur auf mich gerade. Und, wie glaubt es so? Ich helfe dir mal. Oh, der geht doch nicht auf dich. Nein, ist denn du? Ja, ich bin irgendwie ein Korn. Irgendwie. Ach, der lauter im Wald. Er lauter. Also, der ist nicht das Beste. Oh, das ist ja nice. Lea macht mir Angst. Nice. Ah, ich bin da unten, glaube ich. Hier geht's. Da unten nicht. Ja, ich bin da unten. Ja, du bist flirken. Nein, der kommt wieder zurück. Oh, die Fanate hat sie mal ein bisschen gekillt. So, da hinten ist einer. Nice, noch anke. Also, Todesdruckler ist übelst geil. Der ist so OP, der ist der Beste, den ich je ges... Fuck. Einmal, 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 einmal wieder. Danke. So, Jungs, Mädels, Trabellen. Hier, hier. Ich stirb doch. Es sieht sehr scheiße aus. Ich lebe! Wir machen das. Oh, ich lebe noch. Unglaublich, oder? Wir hatten die Mission nach Ville. Von hinten, von hinten, irgendwo. Von überall gerade. Da oben einer, ja. Oh, da ist der. Da war einer. Da war einer. Oh, schnell in den Busch. Oh, da kommt der Granate rein. Hä? Was? Nein, hinter mir! Ja, hinter mir war auch einfach einer. Ich hab den nicht gesehen. Da hat man sich halt nur einen. Jetzt. Doppel Power. Oder auch nicht. Haben wir gewonnen. da go. Der hat 176 Kills. Der hat aber lotnet stellen. Du,er thee du. Die Gäste weiter, der ist. Einen Platz 8. das kann man mal klippen also